Hallo Freunde, ich bin Flo. Willkommen zurück zu einem Video bei FloMotion Time. Und wie im letzten Video schon angekündigt ist, zeige ich heute die G-Stair Version vom Venator. Die habe ich hier auch schon aufgebaut zu stehen. Als ich mir die Bullking Version hier gekauft hatte, habe ich mir auch gleichzeitig hier die G-Stair Version bestellt. Gerade im Angebot gab es die bei AliExpress. Also habe ich hier die Setnummer 67, oder? Ja, 67106 mit 960 Teilen. Zwei Prints dann auch drin. Ich habe 24 Euro bezahlt, aber ich habe gesehen, kostet im Moment knapp um die 30 Euro. Gibt es aber auch immer wieder mal im Angebot, muss man halt ein bisschen gucken. Einer von euch hat in den Kommentaren gestellt, er hat das Set hier für 10 Euro gekriegt. Auch nicht schlecht, da hätte ich mir gleich ein paar Stück bestellt. Ist aus dem Jahr 2022, also schon ein bisschen älter ein Jahr, als die Bullking Version, die ja erst letztlich auch rausgekommen ist. Und es handelt sich hier, wie gesagt, um einen geklauten Mock von OneCase, um genau zu sein. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung zur Rebrick Build, da könnt ihr euch die Anleitung kaufen. Jetzt kommt erstmal das Unboxing und Stop-Motion Aufbau Video und wir sehen uns danach zum Fazit wieder. Also viel Spaß und bis gleich. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass wir ein paar Fragen auf den Weg stellen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020